Also uns ist es sehr wichtig, dass ein kaufmännischer Auszubildender alle Abteilungen durchläuft. Wir spannen die mit ein und wir haben damit auch großen Erfolg. Dass ich einfach im Service tätig bin. Termine vereinbaren, Aufträge schreiben. Gebrauchswagen, Disposition, Werkstatt, Teiledienst. Ich habe viel Kundenkontakt und das macht sehr vielfältig. Ich wollte halt einfach zum Hasenberg, das stand für mich einfach fest. Das hat für mich einfach einen guten Ruf. Wir ermöglichen jedem die Chance, seine persönlichen Themen herausarbeiten zu können. Was macht dir am meisten Spaß? Dass man im dritten Lehrjahr praktisch in den Bereich kommt, in dem man übernommen werden will. Und dann klar, als sie mich genommen haben, dachte ich, da kamen mir sogar die Tränen. Man hat Spaß an der Arbeit, man hilft sich gegenseitig, das ganze Team. Wir sind immer auf der Suche nach motivierten, tollen, jungen Menschen, die wir im Leben begleiten dürfen. Und bewerb dich jetzt, kommt zu uns. Die Graf-Hardenberg-Gruppe freut sich auf euch.